Guten Tag, mein Name ist Max Postulka, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Insolvenzrecht. Ich berate Selbstständige und Verbraucher im Insolvenzrecht. Viele meiner Mandanten sind durch Schicksalsschläge in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Ich analysiere gemeinsam mit meinen Mandanten die aktuelle Situation und suche nach einem schnellen und kostengünstigen Weg aus der Schuldensituation. Gerne berate ich auch Sie. Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017